Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trepassi war ein italienischer Dichter und Librettist, besser bekannt unter seinem Pseudonym Pietro Metastasio. Kindheit und Jugend Metastasio wurde in Rom geboren, wo sein Vater Felice Trepassi aus Assisi eine Stelle im korsischen Regiment der päpstlichen Truppen inne hatte. Der Vater heiratete Francesca Galasti aus Bologna und etablierte sich als Gemüsehändler in der Viadai Cappellari in Rom. Aus seiner Ehe gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor. Schon als Kind trug Pietro spontan Gedichte vor. 1709 wurden bei einer solchen Gelegenheit zwei Männer auf ihn aufmerksam. Giovanni Vincenzo Gravina, berühmt für seine juristische und literarische Bildung und Vorsitzender der Academia della Accadia sowie Lorenzini. Ein bedeutender Kritiker, Gravina war begeistert vom Charme und Talent des kleinen Pietro und adoptierte Pietro wenige Wochen später. Der Vater war damit einverstanden, da sich mit der Adoption die Chance einer guten Ausbildung und des gesellschaftlichen Aufstiegs für den Jungen ergab. Gravina gab dem elfjährigen Jungen auch seinen Künstlernamen Metastasio und plante ihn zum Juristen auszubilden. Daher unterrichtete er ihn in Latein- und Rechtswissenschaft. Gleichzeitig förderte er sein literarisches Talent und führte seinen Schützling in die römische Gesellschaft ein. Metastasio trat schon bald gegen die berühmtesten Stehkreifdichter Italiens an. Bei diesen abendlichen Wettbewerben wurden manchmal bis zu 80 Strophen improvisiert. Doch das anstrengende Lernen tagsüber und die Wettbewerbe an den Abenden griffen seine Gesundheit an. Gravina musste beruflich nach Kalabrien reisen und nahm Metastasio mit sich. Er führte ihn in die literarischen Kreise Neapels ein und vertraute ihn seinem Freund Gregorio Caro Prise in Scali an. Durch die frische Luft der ländlichen Gegend und die Ruhe des Meeres kam Metastasio wieder zu Kräften. Gravina entschied, dass Metastasio nicht mehr improvisieren, sondern seine Kräfte für höhere Ziele einsetzen sollte. Erst nach dem Abschluss seiner Ausbildung sollte er erneut gegen große Dichter antreten. Metastasio fügte sich den Wünschen seines Mentors. Im Alter von zwölf Jahren übersetzte er die Ilias in Stanzen. Zwei Jahre später schrieb er eine Tragödie im Stier von Seneca über den Stoff aus Gian Giorgio Tresinos Italia Liberata D.I. Goti, Gravina's Lieblings-Epos. Ghiostino, Gravina ließ es 1713 veröffentlichen, aber das Stück war leblos und künstlerisch unbedeutend. 42 Jahre später bat Metastasio seinen Herausgeber, Karl Sabighi, es unter Verschluss zu halten. Karo Prese, der Freund Gravinas aus Scali, starb 1714 und setzte Gravina als Alleinerben ein. Als 1718 auch Gravina starb, erbte Metastasio ein Vermögen von 15,000 Scudi. Bei einem Treffen der Academia della Cadia trug er eine Elegie auf seinen Mentor vor und zog sich dann zurück, um seinen Wohlstand zu genießen. Leben und Wirken in Italien Metastasio war nun 20 Jahre alt. Während der letzten vier Jahre trug er die Kleidung eines Abbe, nachdem er die niederen Weinen empfangen hatte, ohne die es unmöglich war, in Rom Karriere zu machen. Seine romantische Geschichte, seine charismatische Erscheinung, seine charmanten Manieren und sein außergewöhnliches Talent machten ihn berühmt. Nach weiteren zwei Jahren hatte er sein Geld ausgegeben. Nun entschied er sich ernsthaft, seine Fähigkeiten beruflich zu nutzen. In Neapel nahm er eine Stelle bei einem berühmten Juristen namens Castagnola an, der diktatorisch über Metastasios Zeit und Energie verfügte. Neben seinem zeitraubenden juristischen Frohendienst schrieb Metastasio 1721 ein Epital am Mium und auch einen seiner ersten musikdramatischen Texte. Die Serenata in dem Ion V.D., B.N.A.S.A.L.A.S.M.I.S.C. Léndi Miwon Serenata, da Cantaießen. Delle F.E.L.I.C.I.S.S.I.M.I.N.A.S.T. Die Lellustrisse Mi et Eccelentesi Mi Signori D. Antonio P.I.G.N.A.T.E.L.L.I. Markese d.S. Winkenzu Tenente Mare Simplelo di Cavaleria e D. Anna F.E.R.A.N.C.E.S.C.A. P.I.N.E.L.L.I. D.S.A.N.G.R.O. D.E.D.O.G.D. Lástere Z data allelustris. R. T. C. E. L. E. N. T. I. S. S. Signora D. Mariana P. I. G. N. A. T. E. L. 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 I. Contessa Dalvin in Napoli M. D. C. C. X. X. I. Die auf der Hochzeit seiner Schussherren Prinzessin Peine Lidi Sangro mit dem Magrafen Belmonte Pignatei aufgeführt wurde. Für die gleiche Hochzeit schrieb er auch ein Gedicht in 100 Strophen vor D. B. N. A. S. L. A. 6. 74 F. 11. 1722 wurde der Geburtstag der Kaiserin besonders pompös gefeiert. Der Zeremonienmeister wandte sich an Metastasio und erteilte ihm den Auftrag, eine Serenata für die Feier zu verfassen. Er nahm den Auftrag an und schrieb G. L. I. O. T. Esparidi. Die Musik wurde von Nicola Porpora komponiert, einen der Soloparts sang Porporas Schüler, der berühmte Castrat Farinelli. Es war ein spektakuläres Debüt mit tobendem Applaus. Die römische Primadonna Mariana Bulgarelli, nach ihrem Geburtsort La Romanina genannt, die in dem Stück Die Venus spielte, überredete Metastasio, die Rechtswissenschaften aufzugeben und versprach ihm, für seine Berühmtheit und Unabhängigkeit zu sorgen. Sollte er die Arbeiten an seinen musikalischen Dramen weiterführen, in La Romaninas Haus lernte er die größten Komponisten seiner Tage kennen. Neben Porpora, von dem er Musikunterricht bekam, Hasse, Pergolesi, Alessandro Scalatti, Vinci, Leo, Durante und Marcello. Sie alle vertonten später seine Stücke. Hier erlernte er die Kunst des Singens und den Gesangsstil eines Farinelli zu schätzen. Metastasios außerordentliche musikalische Begabung und sein poetisches Gespür machten ihm das Schreiben von Stücken leicht. Metastasio lebte mit La Romanina und ihrem Mann in Rom. Bewegt von tatsächlicher Bewunderung seines Talents, adoptierte sie ihn, wie zuvor Gravina. Sie nahm die ganze Familie Trepassi, Vater, Mutter, Bruder und Schwestern, in ihr Haus auf und erfüllte ihm alle Sonderwünsche. 1724 wurde Metastasios erstes Opernlibretto Didone Abbändenete mit der Musik von Dominico Natale Sarro in Neapel aufgeführt, wobei seine Gönnerin die Titelpartie sang. Nach diesem großen Erfolg schrieb er weitere Texte für Rom und Venedig. In schneller Abfolge entstanden Ketwon in Jutike, Ezio, Alessandro, Nelindi, Semir, Amide, Rico, Noci, Uta, Sirö und Artes, Ezio. Diese Dramen wurden von den damals berühmtesten Komponisten vertont und in allen großen Städten aufgeführt. Ihr Erfolg basierte auf der Kombination der Reformie den Apostolo Xenes des anderen großen italienischen Librettisten des 18. Jahrhunderts. Mit seinem eigenen außerordentlichen poetischen und musikalischen Gespür durch das Erzene weit übertraf. In der Zwischenzeit wurde La Romanina älter und hatte aufgehört, öffentlich zu singen. Der Dichter fühlte sich ihr aus Dankbarkeit immer mehr verpflichtet. Er bekam 300 Scudi für jede Oper. Diese Gage war gut, aber Metastasio hatte das Bedürfnis nach einer festen Anstellung, die ihm eine gewisse Sicherheit geben würde. Metastasio am Wiener Hof Im September 1729 bekam Metastasio das Angebot, Hofdichter am Wiener Kaiserhof Karls V.I. Als Nachfolger von Apostolo Xeno zu werden, was er ohne zu zögern annahm. Es beinhaltete ein Stipendium von 3000 Gulden. La Romanina ließ ihn gehen und kümmerte sich weiterhin selbstlos um seine Familie. Im Frühsommer 1730 kam Metastasio in Wien an. Er zog in eine große Wohnung im Hausstadt Nummer 1187. Dem großen Michaela Haus 1732 zog auch sein Freund Niccolo Martinez mit seiner Familie zu ihm. Josef Hedien bewohnte im selben Haus von 1750 bis 1755 eine Dachkammer. Damit begann eine völlig neue Periode im scharfen Metastasios. Zwischen 1730 und 1740 wurden seine besten Dramen für das kaiserliche Hoftheater vertont und aufgeführt. Meist in Vertonungen des konservativen Hofkapellmeisters Antonio Caldara, Adriano in Siria, Demetrio Isibail, Demofund, L'Olympiade, La Clemenza di Tito, Achel in Chiro, Temmestockel und Atilio Regolo. Außerdem widmete er sich auch wieder geistlichen Texten. Seine 1730 entstandene Aktione Sacrella Passione di Nostro Signore Gesu Christo wurde zu einem der meistfertonten Oratorientexte des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Da es sich oft um Gelegenheitswerke aus aktuellem Anlass handelte, entstanden Text, Komposition, Notenabschrift und Druck und Einstudierung immer wieder in kürzester Zeit. Metastasios Erfahrungen in Neapel und Rom hatten seine Technik zur Meisterschaft entwickelt. Und die Begeisterung der Wiener beschleunigten seine Karriere. Wegen seiner niederen Herkunft fand sich Metastasio in Wien aber aus aristokratischen Kreisen ausgeschlossen und ging deshalb ein intimes Verhältnis mit Baronin Althenn ein, einer Schwägerin seiner früheren Gönnerin, Prinzessin Belmonte Pignatelli. Sie hatte ihren Mann verloren und war eine Zeit lang Maitresse des Kaisers gewesen. Metastasios Beziehungen zu ihr waren so intensiv, dass man sogar glaubte, sie hätten heimlich geheiratet. La Romanina war inzwischen der langen Abwesenheit Metastasios müde geworden und bat ihn, ihr ein Engagement am Wiener Hof Theater zu vermitteln. Er hatte sich aber innerlich von ihr gelöst und bat sie schriftlich, von diesem Vorhaben abzusehen. Dieser irritierende Brief machte sie wütend. Wahrscheinlich hatte sie sich bereits auf den Weg gemacht, sie starb aber unvermittelt während der Reise. Metastasio fand sich als Alleinerbe La Romaninas eingesetzt, während sie ihrem Ehemann nichts vermacht hatte. Metastasio war durch ihren plötzlichen Tod so überwältigt und voller Reue, dass er auf seinen Erbanspruch verzichtete. Diese Entscheidung schuf viel Verwirrung zwischen den Familien Metastasio und Burgarelli. La Romaninas Witwer heiratete ein zweites Mal und die Familie von Leopoldo Trepassi. Seine Schwester und sein Vater mussten wieder selbst für ihr Auskommen sorgen. Das Leben, das Metastasio in Wien führte und das dortige Klima begann in seiner Gesundheit zu schaden, ab etwa 1745 schrieb er nur noch wenig. Zumal nach dem Tod des Kaisers und angesichts wirtschaftlicher Probleme, die sich durch den österreichischen Erbfolgekrieg und den Siebenjährigen Krieg verschärften, unter der Nachfolgerin Maria Theresia keine regelmäßigen Opernaufführungen mehr stattfanden. Dennoch gehörten die Kantaten aus dieser Periode, darunter vor allem Gelegenheitswerke für die kaiserliche Familie, sowie die Kanzonette Ekoquelfia Eroistante, die er seinem Freund Farinelli gesandt hatte, zu seinen populärsten Werken. Vernon Lee sagte dazu, dass das, was ihn antrieb, geistige und moralische Langeweile war. 1755 starb Baronin Alten und Metastasio begann, seinen gesellschaftlichen Umgang auf die Besucher seines Hauses zu beschränken. Jahrzehntelang lebte er sehr zurückgezogen und war wenig produktiv. Nach langer, schwerer Krankheit starb er 1782 und vermachte sein gesamtes Vermögen den vier Kindern seines Freundes Nicolo Martínez. Von denen er ein besonders enges Verhältnis zu der unverheirateten, musikalisch sehr begabten Tochter Mariana pflegte, die seine langjährige Vertraute war. Er wurde in einem Begräbnis erster Klasse in der Wiener Michaelerkirche beigesetzt, wo sein einbalsamierter Leichnam bis heute liegt. Er hatte alle seine italienischen Verwandten überlebt. Während seiner letzten 40 Jahre, in denen Metastasio seine eigene Kreativität und Produktivität überlebt hatte, wuchs sein europäischer Ruhm von Jahr zu Jahr. 1768 wurde er in die Academia della Crusca in Florenz aufgenommen, die seit zwei Jahrhunderten in ihrem Vokabulario die italienische Sprache lexikografisch verzeichnete. In seiner Bibliothek hatte Metastasio 40 Ausgaben seiner eigenen Werke. Sie waren ins Französische, Englische, Deutsche, Spanische und sogar ins Neugriechische übersetzt worden. Die berühmtesten Komponisten des 18. Jahrhunderts vertonten seine Texte, die häufig stark bearbeitet, auf allen europäischen Bühnen, mit Ausnahme Frankreichs, auf die Bühne gebracht wurden. Oft unter der Beteiligung der größten Gesangsvirtuosen der Zeit gleichzeitig war er Mitglied jeder nennenswerten literarischen Akademie und führte einen ausgedehnten Briefwechsel mit adligen Gönnern sowie gelehrten Dichtern und Musikern seiner Zeit. Berühmte Fremde, die durch Wien kamen, zeuten ihm Tribut, indem sie ihn in seiner Wohnung am Kohlmarkt aufsuchten. Darunter der englische Musikgelehrte Charles Burney, der einen lebhaften Bericht über diese Begegnung in seinem musikalischen Reisetagebuch abgab. Ein Denkmal mit einer lebensgroßen Statue Metastasios von der Hand des udinesischen Bildhauers Wink & Zoluca, die befindet sich in der Minoritenkirche der italienischen Nationalkirche in Wien. Metastasios Verlassenschaftsabhandlung aus dem Bestand des Obersthofmarschallamts im Haus, Hof- und Staatsarchiv in Wien ist verloren. Sie wurde am 3. Januar 1924 für Gerichtspräsident Eitner behoben und nie mehr zurückgestellt. Im Jahr 1886 wurde in Wien innere Stadt die Metastasio-Gasse nach dem Dichter benannt. Erklärendes. Metastasios Werke waren für eine bestimmte Art von Musik bestimmt, für die Kunst äußerst virtuoser Sänger unter anderem auch Kastraten. Mit der Opernreform, die durch Gluck eingeführt wurde, dem Einsatz größerer Orchester, der Komposition umfangreicherer Gesangsnummern sowie der Zunahme von Ensembles war ein anderer Typ eines Librettos gefragt. So musste der Text von La Clemenza, die Tito für die Komposition von Mozart von 1791 stark bearbeitet werden. Was der damalige sächsische Hofdichter Caterino Masola übernahm. Ein Gedicht, wie das 1751 verfasste Il Repastore, diente Mozart als Basis für die Komposition einer Opera Seria Il Repastore. Metastasios Stücke gerieten im 19. Jahrhundert in Vergessenheit oder wurden nur noch in Italien als reine Lesestücke und als Musterbeispiel poetischer Texte rezipiert. Doch war Metastasio noch bei Musikern beliebt. Franz Schubert vertonte verschiedene Arientexte Metastasios als Klavierlieder, darunter Penso Chequesto Instante. Ludwig van Beethoven schrieb die Konzertszene für Sopran und Orchester A Perfido über einen Text aus Achille in Chiro. Die berühmten Gesangsstudien von Nicola Wecke verwenden ebenfalls durchgehend Dichtungen aus den Opern Metastasios. Die Liberty, die Metastasio schrieb und das Genie, das er war, werden in der heutigen romanistischen Literaturwissenschaft einer grundlegenden Rehabilitierung unterzogen, nachdem in früheren Schriften negative Urteile überwogen. Dabei ist auch das neuerwachte Interesse der historischen Musikwissenschaft an der italienischen Oper des 18. Jahrhunderts, vor allem der Gattung des Drama per musica, von Bedeutung. In der Wahl der Themen wie in der Gestaltung der handelnden Figuren zeigen sich Metastasios Liberty über weite Strecken von der Ästhetik der Academia della Acadia beeinflusst. Darüber hinaus greifen die Texte Politik und rechtsphilosophische Diskurse ihrer Zeit auf. Metastasios dramatische Situationen behandeln meist fünf bis sechs Charaktere, die in tragische Interessenkonflikte geraten und in ihrem überlegten Handeln als typische Vertreter des Zeitalters des aufgeklärten Absolutismus anzusehen sind. Metastasios Sprache ist von einer edlen Simplizität geprägt, die poetischen, wohl klingenden und klar gegliederten Arientexte boten den Komponisten derzeit eine ideale Grundlage für musikalische Vertonungen. Häufig mit bildhaften Ausgestaltungen der poetischen Bilder und dramatischen Situationen. Unter den lateinischen Schriftstellern schätzte er am meisten Ovid, unter den älteren Italienern bewunderte er vor allem Tasso und Marino. Er vermied jedoch direkte stilistische Übernahmen von Marino, dessen Stil im 18. Jahrhundert als überladen galt. Sein eigener Stil lässt den improvisierenden Dichter durchscheinen, auch wenn seine Dichtungen formal perfekt ausgefeilt sind. Zahlreiche seiner dramatischen Texte sind von den französischen Klassikern geprägt, unter denen er besonders Jean Racine und Pierre Cornell schätzte und von denen er zahlreiche Anregungen zu dramatischen Situationen übernahm. Was ihn in der italienischen Literatur einzigartig macht, ist jedoch seine große Leichtigkeit in der Formulierung von Gefühlen und romantischen bzw. sentimentalen Situationen. Es gibt heute zahllose Ausgaben von Metastasius-Werken. Er selbst schätzte am meisten die Ausgabe Carl Sabigis, die unter seiner Aufsicht entstanden war. 1795 wurden eine Reihe von noch unveröffentlichten Arbeiten des Autors Postum in Wien gedruckt. Das Leben Metastasius wurde von Aluigi, Charles Burney und vielen anderen niedergeschrieben und als Buch veröffentlicht. Charles Burney über Metastasio, Werke